Kalorien reduzieren und damit abnehmen, so ein Quatsch. Es ist viel wichtiger, was das du isst, als die Menge an Kalorien, die du isst. Denn Kohlenhydrate sind nicht gleich Kohlenhydrate. Sagen wir mal, du willst ein Kaloriendefizit von 500 Kalorien pro Tag schaffen und isst daher nur 1500 Kalorien am Tag. Aber diese 1500 sind Brot, Pizza, Pasta, Reis, Bananen, Ananas. Dann wirst du nicht abnehmen. Wenn du jetzt aber 2000 Kalorien Brokkoli, Gemüse, gesunde Fette isst, dann wird es klappen mit dem Abnehmen. Und warum? Weil der Körper etwas ganz anderes mit diesen natürlichen Kohlenhydraten macht. Ich fordere echt jeden heraus, der behauptet, es reiche, einfach nur ein Kaloriendefizit herzustellen. Das stimmt nicht, weil wenn es so wäre, gäbe es nicht so viele Menschen, die sogar weniger als 1000 Kalorien am Tag essen und trotzdem nicht abnehmen. Das funktioniert vielleicht für ganz junge Menschen, Aber wenn du älter als 30 Jahre oder 35 Jahre alt bist, wirst du merken, klappt nicht mehr. Und der Grund, warum das nicht mehr klappt, ist, je älter wir werden, desto insulinresistenter werden wir auch. Darum gibt es ja auch so viele Typ 2 Diabetes. Man kennt es ja unter Altersdiabetes. Unsere Ernährung ist einfach komplett zerstörerisch und falsch. Ich weiß für mich, weil ich insulinresistent bin, genau, welche Kohlenhydrate mir guttun und welche nicht. Das messe ich mit so einem Blutzuckersensor, der 24 Stunden am Tag meinen Blutzucker misst. Ich kann genau sehen, welche Kohlenhydrate was für einen Einfluss auf meinen Blutzucker haben. Und wenn mein Blutzucker hoch ist, schüttet mein Körper viel Insulin aus und das macht mich dick und krank. Und ja, Sport ist super wichtig, aber der größere Hebel ist immer noch die Ernährung. Mach dich bitte also nicht fertig, indem du hungerst, auf irgendwelche Kalorien verzichtest oder Weight Watchers Punkte zusammenzählst, sondern fang an, deinen Körper kennenzulernen. Finde heraus, eben mit solchem Sensor, wie du auf Kohlenhydrate reagierst. Hast du schon mal so einen Sensor benutzt? Schreib es mir in die Kommentare. Schreib es mir in die Kommentare.